Hallo meine Lieben! Und ich habe jetzt eine Spitz. Oh schön. Meine Schwester ist jetzt da und wir essen jetzt Kuchen. Wir nehmen den Kuchen, Apfelkuchen. Mokban. Mokban? Mhm. Alles was wir essen. Das ist alles noch geschnitten. Wie kannst du nehmen? Wie kannst du nehmen? Das ist ein kleines Stück. Ui. Nein. Lecker. Meine Frau kriegt das auch ein Stück. Ja. Pflaumig. Das ist nicht gleich. Sehr lecker. So. Hast du es gemacht? Mhm. Und? Das schmeckt besser. Ich habe das gemischt in der Teig. Und dann der andere, was ich habe. Wie Apfel? Mhm. Ich habe das Schreck. Ich habe das Schreck. Ich habe das mit dem Teig gemischt. Und dann der andere, was ich habe. Gehübeld. Okay? Boah. Gehübeld ist das? Mhm. Gering. Mhm. Das ist so interessant. Mhm. Ja. Pachen. Wirklich ruhig. Ich mag lieber ein schlecht gebackene Kuchen. Hm? Langsam wundest. Du hast schon sehr lange nicht mehr Süßes gegessen. Du kriegst so ein Brennen. Und du übertreibst schon ein bisschen. Ja? Ich bin mir gerade immer noch ein bisschen besser. Mhm. Da ähnlich. Na ähnlich. Ich habe schon sehr lange nicht mehr Süßes gegessen. Er braucht wohl schon reagieren. Ja. Und dann. Wirklich ruhig. Es ist ein bisschen sehr schönes. hihihi oder soks so andere nicht nur mit ihr oder ist es nur mit ah ich weiß was cool diese nicht das meine hier in der App und schmeckt richtig gut wie viele Monate hat keine Süße die Mama gewachen ah ich will das du gleich geht es du musst nicht machen es nicht mehr du kannst das erzähl mal was in der schule habt ihr schon wieder neue von kommunieren gelernt aber Vaterunser kannst du schon Musen ist das Musenchen der Vaterunser können nicht aber du kannst und Vaterunser kannst du das ja das kann man auch singen kann man auch sagen und dann kann man auch nicht und dann kann man auch fliehen oi 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 du hast schon fast der Hälfte Papa 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 du musst auch mit essen wir wollen nicht nur alleine rumpf werden du musst auch rumpf werden rumpf werden Papa Apparently du musst wir haben dass er wir in das das ist Was hat sie denn da? Machen Mokban Die Diät? Mokban Nimm das Kleine Du bist süß Das ist echt süß Du bist schön warm Du musst wirklich das alles essen Das ist der Letzte Du brennst die Maus Ich mag sie Aha Was gab das ganze Stück? Ja Ich hab das extra klein geschnitten Da möchte ich nicht alles Das will ich unterdritten Ja Den Bauch will ich schon Schrecken später Also Du musst dann bald gehen Da gibt es wieder mehr Für die Karten Ja Nein Ich bin schon bereit draußen Und sie hat gesagt sie will essen Kuchen schmeckt immer gut Nein, sie hat nicht gezeigt Aber sie hat nur die Bio rausgetragen Weg Da geht was Jetzt da was Ich bin schlappig Das ist deiner Krokodil Komm aus dem Püttel Das liegt direkt an mir Das liegt direkt an mir Das liegt direkt an mir Das liegt an mir Das liegt an mir Das liegt an mir Ich bin einfach in die Schule Was willst du kaufen in die Schule? Ich bin ein wenig aus Ich Du fährst beim Jumping Park Und du? Wohin gehst du? Du kannst in die Stadt gehen Ich bin auch Ja Ja Was? Wir haben gestern Und das hat gar nichts gekostet Nichts Du hast in die Wasche noch mal Du hast Geld gedreht Du hast keine Schnellbe techniques Was? Ja Als ich schlappig Ich bin ein Püttel Ich bin ein Püttel Ich bin so fließt Ich bin so fließt Ich bin so fließt Ich bin so fließt Ich ne bleib! Du bist so hübsch! Sagst du ein bisschen hübsch, Marcel? Aber wie schaffst du das mit Augen drunter? Was ist mit Augen drauf? Sag, dass du zuschaut! Wie schaffst du das? Wir schaffen das einfach! Sag das mal! Die Ate hat schon wieder zugeschlagen. Ich habe Angst, dass ich zu brennen. Das ist das Werk! Das ist das Werk! Das ist das Werk! Ich kann die ganze Zeit schauen, Leute! So, wie ihr hier könnt ihr sehen, Leute! Also hier! Ich muss Deutsch sprechen! Weil das ist Eliska dann! Siehst du hier, Leute? Sie ist nicht mehr viel! Und wer ist die Täter? Die Ate! Ich habe nichts gemacht! Ich habe es fast gemacht! Ich habe die ganze Kupfer gegessen! Noch nichts mehr! Noch ein kleines Stück! Ich nehme den Apfel noch! Ich nehme den Apfel noch! Ich mag das nicht! Nimm den Apfel! Apfel! Ja! Nicht alle die ganze Welt! Vielleicht du Papa mag die Apfel! Keine Ahnung! Ich liebe Apfel! Aber ich mag diese Apfel! Das ist in der Mitte! Normalerweise ich esse keine das! Aber sie sind drinnen! Ich merke das nicht! Schaffst du es doch? Das ist der Apfel! Das ist der Apfel! Ich sehe es nicht! Also jetzt ziehe ich ein! Komm! Spreche mit Apfel! Nicht die Kamera! Ich sehe euch gar nicht so! Aber du sie auch nicht! Ich habe das rein! Schlicken! Und das ist meine Kleine! Und ich habe eine Stiftung gegeben! Ich habe das noch mal gut bekommen! Tschüss! 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 See you guys! Reality! Ja! Die sagt das in Deutsch, okay! Seht ihr es ist nicht mehr so okay! Das ist die Realität! Mhm! Okay! Tschüss! Tschüss! Das mache ich! Ja! 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 Ja!